Ich treffe mich dann mit Ahmed. Los geht's. Oh mein Gott. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sofia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Oh Gott. Schnell. Komm. Wir dürfen sie nicht hängen lassen. Komm schon. Komm schon. Ach man. Euch kaufen wir uns noch. Oh Gott. Tannazione! Mucho abtem! Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rent! Ich wusste gar nicht mehr, dass das so war. Auch mal wieder was Neues dazugelernt. Läuft. Gut, jetzt flirren wir vor den Templern. Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masi auf Schlüsseln und fangen sie. Bevor er entkommt, 20 Wachen eliminieren. Fast geschafft! Durchhalten! Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Oh, fuck. Au. Oh, Ezio's Kutcher. Oh, Ezio's Kutcher. Die Gegnerrechte Kutsche, die mach ich doch fertig hier. Oh, oh. Sehr schön. weit stark! Halte durch, Sophia! Passt auf! Äh! Deine Zeit ist gekommen, Assassine Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht Bleib stark Natürlich Was sonst, ne? Oh, oh, what the fuck Oh, oh Oh, 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 oh Alter neuron, mir geht es gut Na, das ist schön, das ist gut Ich sehe sie Mach dich fertig, Junge. Ja, was sonst, ne? Komm schon! Weg! Ich glaube schon. Drei, vier. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Checkpoint. Acht. Oh, oh, wow. Kann ich die mal killen? Nein. Ich habe gleich die Hälfte. Ich will. Komm, kill jetzt. Zehn. Elf. Was tut ihr denn, Mann? Vibe. Ich halte uns auf dem Weg. Es ist ja schlimmer als... Wow, what the fuck? Frauen am Steuer. Schlimm. Die hören nicht so auf, so Leute, die einfach irgendwelche Stände überfahren. Oh, 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 oh. Oh, Jungs. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Vierzehn. Komm schon. Fünfzehn. Sechzehn. Noch vier. Verdammt. Unfähige Kinder. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Gar nicht. Onkel Mario hat mir das Kämpfe beigebracht. Das tat weh. Ja, das ist der Sinn von Waffen. Siebzehn. Achtzehn. Komm, noch zwei. Neunzehn. Komm, noch einen. Yes. Zwanzig wieder. Ach, eh, mir jetzt. Ich mache hier noch ein paar mehr.